Und damit einen schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge. Ein herzliches Willkommen natürlich auch meinen Gästen hier vor Ort. Ja, liebe Zuschauer, wenn wir an unsere Arbeitsplätze denken, dann wissen wir alle ziemlich genau, wie wir heute arbeiten. Allerdings herrscht große Angst, wenn wir an das Morgen denken. Und genau das ist das Thema in der heutigen Chefsache Business Lounge, die Zukunft der Arbeit. Wie sieht unsere Arbeitswelt aus? Wie arbeiten wir morgen? Die Technik nimmt den Menschen immer mehr einfache Tätigkeiten ab. Doch inzwischen bleibt es nicht nur bei den einfachen Arbeiten. Und das macht vielen Menschen Angst. Übernimmt die Technik die Kontrolle? Inzwischen ist das Thema Digitalisierung auch bei den Sozialforschern angekommen. Was passiert in der Gesellschaft, wenn immer mehr Arbeitsplätze von Maschinen übernommen werden? Forscher der Universität Oxford warnen, 47 Prozent aller Jobs in den USA könnten bald Maschinen übernehmen. Für Deutschland kamen Experten auf 42 Prozent. Rund 20 Millionen Menschen haben einen Vollzeitjob, bedeutet 8,4 Millionen werden durch Roboter ersetzt. Schon jetzt gibt es in Deutschland mehr Teilzeit-Minijobs oder Zeitarbeit als jemals zuvor. Neue Fabriken werden gebaut, in denen immer weniger Menschen arbeiten. Aber auch Büroangestellte stehen auf der Streichliste, sogar Anwälte. Eine neue Ära der Massenarbeitslosigkeit beginnt. Lediglich Software-Spezialisten, Robotertechniker und Ingenieure sind extrem gefragt. Denn irgendjemand muss die Technik ja produzieren und programmieren. Die werden auch am besten bezahlt. Aber was machen all die anderen? Und wo entstehen neue Berufe, in denen nur Menschen gebraucht werden? Ja, das sind große Fragen. Und über die Zukunft der Arbeit möchten wir uns heute in der Chefsache Business Lounge unterhalten. Und ich begrüße ganz herzlich meine Talkgäste. Zum einen erstmal Steffen Fischer. Er ist Zentralgeschäftsführer Personal bei IFM Elektronik GmbH in Tettnang. Und daneben sind Sie auch aktiv im Bundesverband der Personalmanager. Dort für das strategische Personalmanagement. Freut mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich auch. Und natürlich bekannt aus vergangenen Chefsache Business Lounge Sendungen. Karl Christian Bayer, unser Wirtschaftsexperte, ebenfalls Jurist und Wirtschaftsprüfer. Freut mich, dass Sie auch wieder in dieser Runde dabei sind. Danke sehr. Ich will es mal so sagen, Herr Fischer, das, was wir gerade ja auch in diesem Einspielfilm gesehen haben, das stimmt jetzt nicht gerade sonderlich positiv. Wenn ich jetzt mal so an meinen Job denke, ich würde mal schätzen, 20 Jahre habe ich mindestens noch zu leisten, bis ich dann mal in die Rente komme, das könnte ein knappes Stück werden. Und mein Job ist vorher weg. Besteht tatsächlich das Risiko? So wie Sie einen Job gerade machen, glaube ich nicht. Menschen wollen mit Menschen zu tun haben. Und natürlich gibt es auch diese Szenarien, dass hier vorne eine künstliche Intelligenz sitzt und schlaue Fragen stellt, lustig dabei ist und noch nicht mal spitzt. Und alles diese Dinge könnten helfen, aber ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass Menschen sehr gern mit Menschen zu tun haben. Aber das Erstaunliche ist doch tatsächlich, wenn wir jetzt rausschauen in die Gesellschaft, wir haben auf der einen Seite Vollbeschäftigung, aber auf der anderen Seite große Angst, wenn es um die Arbeitswelt geht, auch große Frustration. Das passt doch eigentlich überhaupt nicht zusammen. In jeder Veränderungssituation ist es so, dass die Menschen davor, wenn sie spüren, dass da was im Gange ist, natürlich hinterfragen, was hat das mit ihnen zu tun. Und das kann Angst auslösen, ganz klar. Jetzt ist dieses Thema in jedem Föhrton angekommen. Man kann dem nicht mehr ausweichen. Und natürlich fragen sich diejenigen, die etwas jünger sind, in Beschäftigung sind. Die Älteren zählen rückwärts möglicherweise. Aber die Jüngeren fragen sich, was hat das mit mir zu tun? Und die Eltern fragen sich, wo soll ich meine Kinder nicht hingeben, weil sie möglicherweise einen aussterbenden Beruf lernen könnten? Das ist in der Tat eine spannende Frage. Und auf die werden wir auf jeden Fall noch im Laufe der Sendung eingehen. Herr Bay, wenn Sie jetzt die gesamtgesellschaftliche Lage betrachten, in welcher Situation befinden wir uns denn Ihrer Meinung nach? Es ist gerade eben im Einspieler schon deutlich geworden. Also wir haben tatsächlich einen gravierenden Strukturwandel zu erwarten. Das ist jetzt aber ehrlich gesagt in der Menschheitsgeschichte auch nicht so wirklich Neues. Also wir haben ja auch schon eine industrielle Revolution gehabt. Wir haben schon gewisse Sprünge hinter uns. Und ich glaube, im Moment ist das Beeindruckende, die Geschwindigkeit, mit der sich technologischer Fortschritt auch in Veränderungen von Arbeitsbedingungen, in Veränderungen von Zusammenarbeitsmodellen etc. auswirkt. Da haben wir einfach doch eine enorme Dynamik zu erwarten. Und da wird es schwierig, alle Interessensgruppen tatsächlich so mitzunehmen auf den Weg. Ganz praktisches Beispiel aus Ihrer Branche. Man spricht auch schon vom digitalen Anwalt. Das heißt, es gibt jetzt irgendeinen Vorgang, den muss ich irgendwie über meinen Computer melden. Und dann kriege ich irgendwie auch ganz schnell wieder eine Antwort. Aber das, was dahinter steckt, ist nicht ein Mensch. Bedeutet das, dass die Anwälte früher oder später aussterben werden? So auch Sie? Ja, also das mit dem Sterben ist auch bei mir sicher. Irgendwann mal. Im Rest, glaube ich, gilt das, was Herr Fischer schon gesagt hat. Also es wird immer Menschen geben, die mit Menschen interagieren müssen, wo es eben tatsächlich nicht um die Abprüfung eines Bußgeldbescheides nach strengen Kriterien geht. Also vergleichsweise einfache juristische Tätigkeiten, sondern wo es um hochkomplexe Zusammenhänge geht, wo vielleicht auch der Beratungsaspekt nochmal ein bisschen anderer ist, wo Erfahrungen eine Rolle spielen, die ich bei einem Avatar, der mir dann gegenüber sitzt, vielleicht in der Form noch nicht erwarten kann. Das ist eine Zahl, die wir vorhin gesehen haben, 42 Prozent der Jobs wird es so nicht mehr geben. Jetzt möchten wir doch mal Tacheles sprechen. Heißt das, die sind dann weg oder die sind dann anders, Herr Fischer? Genau das wird der Fall sein. Ich, also ich bin der Optimist in der Runde, ich sage, sie subsidiieren sich. Es kommt darauf an, hinzuschauen, wohin die Entwicklung geht und an der Entwicklung teilzunehmen. Und das hat mit Lernen zu tun, das hat mit Aufmerksamkeit zu tun, das hat durchaus auch ein bisschen mit Angst zu tun, das ist ja auch eine Antriebsfeder, aber es hat vor allen Dingen damit zu tun, in diesem Fall kommen wir ja zum Punkt kommen, sich mit digitalen Prozessen und den gesellschaftlichen Veränderungen zu befassen und sie auch zu verstehen und sich einzuordnen. Und in der Anmoderation, was wir in dem Einspieler gesehen haben, das sind jetzt die Szenarien, die uns antreiben, darüber nachzudenken, aber jeder ist in einer anderen Arbeitssituation, in einer anderen Arbeitseinbindung und da gibt es sehr große Unterschiede. Viele verteufeln ja auch die Automatisierung. Sie kommen jetzt aus einem Unternehmen, das Automatisierungs-DNA sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ja, also sägen Sie sich im Prinzip den eigenen Ast ab, auf dem Sie sitzen, oder sind Sie gar der Böse da draußen in der Wirtschaft? Automatisierung ist was ganz Tolles. Sie müssen doch sehen, was im eigentlichen Sinn passiert. Die EFM-Elektronik, für die ich hier auf einer Seite spreche, ist angetreten, um zum Beispiel sich wiederholende Tätigkeiten zu vereinfachen oder die Menschen zu entlasten, dass stupide Tätigkeiten, sich wiederholende Tätigkeiten, schwere Tätigkeiten durch automatisierte Fertigungsstraßen zum Beispiel übernommen werden. Und das ist per se erstmal was Gutes. Ich kann mir aber vorstellen, da draußen gibt es einige Menschen, die genau solche Arbeiten gerne machen und zufrieden damit sind. und wie diese Menschen sich in der Zukunft ihre Arbeit vorstellen können und wo möglicherweise auch Chancen sind. Und wenn sie Eltern sind, was machen sie mit ihren Kindern? Was sollen die denn lernen, damit sie auch in der Zukunft einen vernünftigen Job haben? Work-Life-Balance und Co. All das sind Themen, über die wir gleich sprechen werden. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Chefsache Business Lounge. Die Digitalisierung hat unfassbare Chancen, aber sie birgt natürlich auch Risiken, insbesondere für die Arbeitswelt. Es gibt Studien, die sagen, dass über 40 Prozent der Jobs, die wir heute haben, es so in der Zukunft nicht mehr geben wird. Die Frage ist natürlich, ja, was gibt es denn stattdessen? Und werden wir überhaupt noch unsere Jobs in dieser Form, wie wir sie heute machen, behalten oder werden sich grundlegend verändern? Genau über dieses Thema sprechen wir heute in der Chefsache Business Lounge. Bei mir ist unser Wirtschaftsexperte Karl-Christian Bay und Steffen Fischer. Sie sind Personalchef bei IFM in Tettnang. Ja, also, wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie ich mich auf die Zukunft einstellen kann, was für einen Tipp geben Sie als Personaler, den Bewerbern, die Ihnen gegenüber sitzen. Zunächst erstmal sind es die gleichen Tipps, die es auch schon vor Jahren und Jahrzehnten gegeben hat. Jeder sollte seinen Interessen, seiner Natur, seinen Fähigkeiten folgen. Schlau ist derjenige, der dabei nicht ausklammert, dass es auch ein bisschen was mit Mathematik und Physik und mit IT zu tun hat. Das ist etwa ein Grundbaustein, der heute wie Lesen und Schreiben dazugehören sollte. Sie haben vorhin über das Thema Automatisierung gesprochen. Das heißt, viele der heutigen Jobs, die Menschen machen, die vielleicht stupide sind, wird es so nicht mehr geben, weil die Jobs eben Maschinen machen. Ja, was sagt man denn jetzt diesen Menschen, die vorher diese Jobs gemacht haben, die einfacheren Jobs? Pech gehabt? Also, das ist nicht nur unhöflich, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, rechtzeitig, und das tun wir ja gerade, rechtzeitig, ehe die, ich nenne sie mal, die große Welle losgeht, uns alle darauf vorzubereiten, was passieren könnte und mit welcher Geschwindigkeit es ablaufen könnte. Die genaue Zukunft weiß niemand. Und auch die genaue Geschwindigkeit weiß niemand. Wir reden sehr lange schon über die autonomen Fahrzeuge. und natürlich haben die Ersten angefangen zu überlegen, kann ich noch Berufskraftfahrer werden? Ja, aber es fangen noch welche an und derzeit werden noch sehr viele Kollegen gesucht, die auf die Straße gehen. Und da sehen Sie diesen Widerspruch zwischen Kurzfristigkeit, mittelfristigen Prognosen und einer berechtigten langfristigen Prognose. Gerade Stichwort Automobilbranche in Sintlfingen baut Daimler eine Fabrik, eine Factory 56 wird das Ding genannt. Und es gibt durchaus Daimler-Mitarbeiter, die nennen die Firma heute schon Fear Factory, weil diese Halle im Prinzip leer ist. Also an sich sind wir doch schon voll angekommen. Sind wir nicht viel zu spät dran sogar? Zu spät im Vergleich zu wem? Darauf einzustellen, was in der Arbeitswelt passiert. Jein, ich glaube nicht, weil man, wie gesagt, den technologischen Fortschritt, der hat all dies ja erst ermöglicht, tatsächlich jetzt einfach in einer unglaublichen Dynamik bekommt. Ich glaube auch nicht, dass alle Trends sich durchsetzen werden. Wir haben ja gerade eben das Thema autonomes Fahren gehört. Ob das dann tatsächlich sich in der Form durchsetzt, wie wir das derzeit erwarten würden oder ob der Trend sich abändert, abmildert oder wie auch immer die Zukunft da aussieht. Es ist ein Stück weit nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern auch in der konkreten Ausprägung offen. Fabrikationen, in denen fast keine Menschen mehr arbeiten, haben wir seitdem Roboter in der Lage sind, Fließproduktionen zu begleiten. Und es sind auch jetzt in vielen Fabrikationen nur wenige Mitarbeiter, die die Steuerung, die maschinellen Steuerung dieser Fließbandproduktion überhaupt überwachen. Also das ist aus meiner Sicht kein so großer Quantensprung. Sie sprechen hier über das Thema Geschwindigkeit. Ja, wer gibt denn jetzt eigentlich hier die Geschwindigkeit an? Sind es die Arbeitnehmer oder sind es dann doch diejenigen, die an der Spitze des Unternehmens sagen und sagen, hier geht es lang, liebe Leute, und ihr müsst halt hinterher? Also aus meiner Perspektive ist es klar die Unternehmensleitung, weil die Unternehmensleitung im Versuch, betriebswirtschaftlich zu optimieren, erkennt, dass eine Fertigungsveränderung, die ja eine Teilautomatisierung fast überall ohnehin schon beinhaltet, in der Vollautomatisierung, gewisse Vorteile bringt. So entstehen ja dann auch tatsächlich derartige Vorhaben, so entstehen ja auch derartige Projekte. Dass die Arbeitnehmer da fördern, das kann ich mir so nicht vorstellen, weil das wurde ja gerade eben auch schon angesprochen, und sie sind im Regelfall ja diejenigen, die sich verändern müssen. Das heißt, auch bei IFM die Vorgabe ganz klar von oben, Leute, das und das sind die Anforderungen. Wir müssen effizient sein, wir müssen wirtschaftlich sein und ihr müsst schauen, wie ihr da hinkommt. Wir leben im Wettbewerb, wie wir alle. Und die Produkte müssen verkauft werden und Ertrag, Erlös sind Fragen, die sich in der kapitalistischen Welt jeder stellen muss. Und natürlich geht es auch um soziale Randbedingungen, dass es auch alles in einer Art und Weise läuft, das niemand entlassen wird und so weiter. Haken hinter. Aber trotzdem werden wir grundsätzlich wegen dieser Rahmenumstände, Globalisierung, Internationalisierung, Digitalisierung, nicht um hinkommen, auf den Zug mit aufzuspringen und die Fertigungsverfahren immer effizienter zu gestalten. Davon leben wir zum Glück auch, weil die anderen unsere Sensoren brauchen, um so zu fertigen. Mal ganz praktisch betrachtet bei IFM. Sie haben jetzt einen Mitarbeiter, der hat bestimmte Qualifikationen, der hat etwas gelernt in der Schule, Studium und so weiter und so fort. Und jetzt muss er sich entwickeln. Wie gehen Sie denn ganz konkret vor? Das ist die Unterscheidung, die ich vorhin schon sagte, zwischen jetzt kurz und langfristig. Also jetzt haben wir angefangen, den Kollegen zu erzählen, was in der Zukunft auf uns zukommt. Die Kollegen schlafen aber nicht vor den Bäumen. Die haben das mitbekommen. Bei uns ist das Thema Automatisierungstechnik quasi in der Genetik eingebaut. Das ist unser Code in der IFM. Das heißt, sie wissen, dass wir Software haben, dass es immer schneller geht und dass wir neue Applikationen haben und so weiter. Und der Sprung dahin, dass es mit ihnen selbst was zu tun hat, ist nicht so weit weg. Das heißt, zum Glück ist es bei uns so, dass wir wachsen. Das heißt, in den Bereichen, in denen wir Mitarbeiter brauchen, auch geschultes Personal brauchen oder auch angelerntes Personal brauchen, müssen wir gehörig noch die Leute suchen. Und das ist die kurzfristige Perspektive, die sich für mich mittelfristig zwei, drei Jahre auch noch nicht auflöst. Und dann kommt die nächste Stufe und da gehen wir immer weiter ins Spekulative rein. Aber wir wachsen und es geht darum, dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, wie es so schön heißt, und mit Digitalität umgehen können. Das hilft. Sie suchen Mitarbeiter, die im besten Fall schon eine digitale DNA haben. Viele haben sie schlichtweg noch nicht. Und wenn man mal ein bisschen früher ansetzt, wir haben vorhin ein bisschen über die Eltern gesprochen. Tipp, ein bisschen was mit Mathematik, wäre gar nicht so doof. Aber wenn man sich mal die Schulen betrachtet, ist das Thema dort angekommen? Das kann ich ehrlich gesagt nicht abschließend beurteilen. Ich glaube schon, dass die Schulen gefordert sind, heutzutage sehr viel komplexere Erwartungen auszubilden. Und zwar zum einen, was die Kinder oder Jugendlichen angeht, in ihren sozialen Fähigkeiten, als auch in ihren technischen, wissenschaftlichen Möglichkeiten. Das erlebe ich jetzt stärker eigentlich bei den Abgängern aus dem universitären Bereich, die bei uns dann anfangen, wo ich in der Zwischenzeit eine Vielzahl multidisziplinärer Studiengänge erlebe, also auch ganz andere Setups. Und die reinen Betriebswirte, die reinen Juristen, tatsächlich bei uns dramatisch abnehmen. Im Verhältnis zu denen, dass man mit unterschiedlichen, multidisziplinären Studiengängen bei uns anfängt, und ich würde erwarten, dass die Schulen entsprechend breit sich aufstellen, dass die entsprechend attraktive Angebote machen, um auch auf die Digitalisierung vorzubereiten. Sie sprechen von Erwartungen. Wenn wir jetzt nochmal die Brille des Personalers aufziehen, da gibt es ja durchaus auch Erwartungen. Sie haben bestimmt über 1000 Bewerbungsgespräche geführt mit möglichen Mitarbeitern von IFM. Es läuft ja heute nicht mehr so, dass der Personaler nur die Fragen stellt und am Ende, zack, du bist eingestellt. Sondern sie müssen sich tatsächlich gefallen lassen, dass da auch Fragen Ihnen gestellt werden. Was sind das denn beispielsweise für Fragen eben zur Arbeit? Der Hintergrund dieser Fragen, auf die ich gleich komme, ist ja genau der entgegensetzte Prozess. Wir suchen noch Leute. Auf der einen Seite diskutieren wir gerade die Befürchtungen, dass viele zu viel da sind und nichts mehr zu tun haben. Derzeit suchen wir noch. Das ist die Perspektive, in der wir uns gerade befinden. Und aus diesem Sein heraus, wir haben Fachkräftemangel, aber wir haben auch Mangel an angelernten Berufen, in der man mit drei, vier Tagen Anlerntätigkeit schon ziemlich weit kommt. Diese letzte Personengruppe ist weniger selbstbewusst, sondern aber die erste Personengruppe, die fragt schon mal, anders als vor zehn Jahren, wie wäre es dann, wenn ich von Dienstag bis Donnerstag komme und Montag und Freitag von zu Hause arbeiten könnte. Gibt es das bei Ihnen? Und diese Art Fragen sind Neuer, Neuer. Aber auch auf diese Fragen muss man letztendlich eine Antwort haben, wenn man die fähigen Menschen auf der anderen Seite des Schreibtisches für sich begeistern möchte. Welche Antworten Sie liefern und vor allen Dingen, ganz wichtig, liebe Zuschauer, welche Arbeitswelt in Zukunft ein guter Arbeitnehmer für Sie gestalten wird. Darüber sprechen wir gleich. Ich bin der Chefsache für das Lounge. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Chefsache Business Lounge. Wir unterhalten uns heute über das Thema die Zukunft der Arbeit. Ein Thema, welches tatsächlich uns alle angeht. In unserem Studio ist zum einen unser Wirtschaftsexperte Karl-Kristian Bay und Steffen Fischer erst Personalchef von IFM. Wir haben gerade darüber gesprochen. Viele Personalgespräche, Bewerbungsgespräche haben Sie schon geführt. Und jetzt gibt es immer mehr Bewerber, die da Wünsche stellen. Nicht nur Gehalt möchten Sie haben, sondern beispielsweise auch eine flexible Arbeitszeit. Wie sehen diese Wünsche ganz genau eigentlich aus? Die Wünsche sind ja geweckt worden durch auch andere Unternehmen, die dann per se freien Arbeitsort und freie Arbeitszeit in der Selbstbestimmung anbieten. Und da ist der Schritt bei dem Unternehmen, bei dem man sich gerade befindet, nachzufragen, ob es das in kleinen Schritten auch gibt oder in kleinen Teilbereichen gibt, naheliegend. Also das Thema Arbeiten von zu Hause oder flexibles Arbeiten zählt dazu. Und man schaut auch schon genauer hin, welche Unternehmenskultur findet dort statt. Und ganz wichtig, Zukunftssicherheit. Gehe ich irgendwo rein, wo ich auch noch in 10, 20 Jahren mein Geld verdienen kann. Ist das denn im Prinzip für jeden Mitarbeiter möglich, eine solche selbstbestimmende Arbeitswelt zu gestalten? Oder ist das nur eine Option, die ich auf jeden Fall in meinem Unternehmen anbieten muss? Ich glaube, heutzutage ist es tatsächlich vielfach notwendig, um die qualifizierten Fachkräfte, die ich brauche, auch ans Unternehmen zu binden, also überhaupt zu gewinnen oder dann zu binden. Das ist sicher auch ein großer Unterschied zwischen ländlichem Raum und den Großstädten, wo ja doch der Zuzug immer noch stark ist und wir vielleicht uns da tatsächlich auch bei den großen Industrien etwas einfacher tun. Ich glaube aber, generell ist nicht jede Tätigkeit im Unternehmen dafür geeignet, dass man sie von Telearbeitsplätzen aus der reinen Virtualität begleitet. Es gibt doch bestimmte Bereiche im Unternehmen, in denen die Unternehmensleitungen mutmaßlich auch weiterhin eher restriktiv sind. Heißt aber auch, wenn ich mir jetzt die interne Organisation eines Unternehmens anschaue, da prallen ja unter Umständen auch Welten aufeinander. Ich habe da vielleicht mit alten Patriarchen, da war das klar, du kommst morgens um 8 Uhr und um 17 Uhr sehe ich es gerne, wenn du noch am Tisch sitzt und plötzlich arbeitet er von zu Hause aus. Ich weiß nicht, ob der überhaupt was macht. Vielleicht hängt er jetzt in den Sommermonaten sowieso am Bodensee rum. Wie lösten Sie denn solche Probleme in einem Unternehmen? Zunächst einmal muss man die Bedenken ernst nehmen und möglicherweise treffen sie ja auch bei dem einen oder anderen zu. Und ich glaube, man muss an so ein Thema mit gesundem Menschenverstand herangehen und per se jetzt allen Mitarbeitern das Gleiche anzubieten. Das widerspricht der menschlichen Natur. Der eine braucht vielleicht auch mal eine engere Führung und kann mit dem Freiheitsgrad effizient gesehen, betriebswirtschaftlich gesehen gar nicht umgehen. Und das führt wieder dazu, dass man den Führungskräften, die das ja maßgeblich auch entscheiden, auch Spielräume an die Hand gibt und auch Wissen an die Hand gibt, damit sie die Entscheidungskompetenz haben, wann was geht und wann was nicht geht. Zum Schluss muss etwas bei rauskommen, dass wir eine effiziente, in unserem Fall Entwicklung und Produktion weniger, aber Supportprozesse, wo man sich das denken kann, zum Schluss muss das alles stimmig funktionieren und zwar immer besser. Ein Megathema ist auch Work-Life-Balance. Ich habe auf der einen Seite die Arbeitswelt, auf der anderen Seite die private Freizeitwelt. Manche sprechen auch schon von Work-Life-Integration. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht der richtige Weg in der Zukunft, wenn wir über die Arbeit nachdenken? Ich glaube, um da noch direkt anzuschließen, ich glaube, wir werden sehr, sehr viel mehr unterschiedliche Arbeitsmodelle in den Unternehmen finden. Das heißt, dass die einen Variabilitäten in den Arbeitszeiten, in den Arbeitsorten haben, dass man sehr viel mehr Arbeitszeitmodelle per se hat, sehr viel mehr Coworking-Aspekte. Wir werden auch alle möglichen Menschen von außen in die Unternehmen integrieren müssen, weil die gar kein Interesse mehr haben, sich als in ein Festanstellungsverhältnis zu begeben. Also ich glaube, die Arbeitswelt wird generell sehr viel bunter und stellt natürlich die Personalabteilung auch vor die Herausforderung, das alles vergleichbar zu halten im Interesse eines Ausgleichs und auch diese vielfältigen Modelle irgendwie zu verwalten und zu entwickeln. Und da gehört dann sicher auch dazu, dass die generelle Forderung nach einer Work-Life-Balance da ist und in der Zwischenzeit abgelöst wurde durch die Erkenntnis, dass ich in vielen Berufen auch gar nicht mehr trennen kann, weil sich Arbeitszeiten ausdehnen, aufgrund der Globalisierung, bestimmte Kunden haben Erwartungen, mich aus dem asiatischen Raum zu erreichen und wenn ich unglücklich bin, dann habe ich auch noch Kunden in Amerika und dann habe ich die 24 Stunden als Vorgabe, irgendwie zu managen und irgendwie zu organisieren. Wenn wir so langsam aber sicher zum Ende kommen, eine abschließende Frage auch an Sie. Herr Fischer, im Prinzip hatte eine Personalabteilung noch nie so viel über Ihre A-Mitarbeiter und B-Bewerber gewusst. Es werden unfassbar viele Daten im Hintergrund gesammelt, die Ihnen Chancen geben, auch noch effektiver, ein Personal auszuwählen, auch es zu steuern. Wenn Sie den Satz vervollständigen werden, die Personalabteilung der Zukunft wird mit unseren Daten, Punkt, Punkt, Punkt. Hoffentlich weiterhin verantwortungsvoll umgehen. Und wie sieht dieser Umgang konkret aus Ihrer Meinung nach aus? Indem man sich mit allen technischen Möglichkeiten beschäftigt und die wachsen. Die sind interessant und die teste ich auch. Aber man muss sich auch die Frage stellen, was es dann zum Schluss bringt. Ich sehe in der Letztentscheidungskompetenz den Menschen und das andere sind für mich Fahrerassistenzsysteme. Es wird keinen vollautomatisierten Recruiting-Prozess geben. Vielen Dank für diese Einschätzung zum Thema Zukunft der Arbeit. War sehr schön, dass Sie hier waren. Kai-Christian Bayer und Steffen Fischer. Freut mich. Danke. So, liebe Zuschauer. Das war es auch schon wieder bei der Chefsache Business Lounge. Es würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Dann werden wir über das Thema Großkonzerne sprechen. Man denkt ja bisweilen, dass diese sich in einer sehr komfortablen Situation befinden. Unfassbar viel Geld, unfassbar viel Macht. Aber das kann tatsächlich auch extremste Herausforderungen für die eigene Kommunikation mit sich bringen. Welche genau? Das Thema behandeln wir in der nächsten Business Lounge. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank.